Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mit dabei heute Zabi. Philo, Niklas ist auch dabei. Und Philo halt, ne? Okay, Freunde. Wir spielen jetzt alle kräftig zusammen. Spielen wir jetzt. Wer bin ich? Wer bin ich aber? Logisch. Umgedreht. Hast du jetzt einen Video-Effekt gemacht, dass sich das Bild umdreht? Ja, ja, quasi. Sozusagen. Gumo, ich bin's. Hängt man aus dem Schnitt. Wenn ihr kleinen Rathemäuse mitmachen wollt, dann macht ihr nach dem ersten Delfin-Sound die Augen zu. Und nach dem zweiten Delfin-Sound könnt ihr den Glotzkorken wieder aufmachen. So, viel Spaß beim Video. Also, Freunde. Jetzt wird aber fleißig losgefragt. Philo fängt an. Bist du männlich? Ja. Ja, ja. Okay. Ähm. Bist du... Digga, es ist 22. Hier liefert keiner. Ich krieg wirklich einen Schwanz im... Gesegnet mit über 500.000 Followern auf Twitch. Leider nein, muss ich sagen an der Stelle. Logisch. Könnte es unter Umständen sein, dass du rote Haare hast? Naja, unter Umständen ist jetzt eine Definitionsfrage. Hast du rote Haare? Nein. Wurde von dir aber definiert grad. Nee. Pass auf. Unter Umständen kann man sich ja auch... Wenn der Umstand daraus besteht, dass du sich die Haare gefärbt hast, dann hat man keine roten Haare mehr. Was ist los? Geh weg! Ich bin in der Aufnahme. Bleib draußen. Ich verstehe kein Wort. Du musst dann hierher kommen. Oh, Mann. Olivia, komm her. Ja, jetzt geht's los. Tschüss, Olivia. Bis weg. Na klar. Ciao. Machen Sie die Tür? Na klar. Naja, sie hätte ja auch mitraten können, wenn sie will. Klar. Bist du Bock auf nen Burger? Wer ist denn jetzt dran? Ich mach mir gleich nen Burger mit Toastbrottschein. Ich hab keine Burgerbrötchen mehr erzählt, hab ich aber nicht daran, mir nen Burger zu gestalten. Naja, wer ist denn jetzt dran? Ich zieh doch einfach schnell die Aufnahme durch, wirklich. Hast doch was vor heute? Nee, aber... Welche Mitbewohnern hat denn hier grad die Aufnahme gestellt verloren? Ey, besser hättest du das sagen können. Okay. Wer ist dran? Wer ist dran? Ey, jetzt halt doch mal dein Maul. Digga, das ist ja wohl mein Video. 100.000 Follower auf Twitch? Hab ich nicht, nee. Ey, was bist du? Hast du 50.000 Follower auf Twitch? 100.000 Follower hat der nicht? Ja. Hat der? Ja, hat der Kanal. Streamst du länger als ein Jahr? Äh, ja. Wer bliecht? Ja. Okay. Streamst. Na ja. Sag's bitte. Streamst du auf und zu mal Rocket League? Ja. Ja. Logisch. Hab ich mir gedacht. Streamst du mit Cam? Ja. Ja. Ja, der Streamer streamt mit Cam. Ah, fang. Das ist oft länger als seit einem Jahr. Okay. Hast du im Durchschnitt? Ja. Mehr als 1.000 Zuschauer oder weniger? Ich würde sagen weniger. Okay. Hm. Sag das Streamer, der gelegentlich Rocket League streamt, auf, wenn er Rocket League streamt, dass er durchschnittlich weniger Viewer hat, als würde er nicht Rocket League streamen. Äh, das kann man pauschal so nicht sagen. Okay. Aber, na ja, im Zweifel bestimmt. Try my best. An der Stelle noch klaro. Machst du das Ganze fulltime? Ich denke ja. Also ich wüsste nicht, wenn da noch irgendwas anderes passiert. Ich denke ja oder nein? Ja, macht er, macht er. Okay. Er macht's. Er tut so kräftigst. Felix, wenn du noch einmal nach hinten guckst, Platz mit deiner Eichel. Okay. Jo. Jo, sie ist im Platz. Es ist passiert. Jo, es ist durch. Sabi? Hast du was vielleicht? Hast du Schwierigkeiten mit deiner Wirbelsäule? Gesundheitliche Probleme? Gelegentlich, aber keiner weiß es. Keiner weiß es? Nee, 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 nee. Nicht bekannt. Geh mir den Arsch zu. Liegen... Liegen... Oh. Kannst du das gerne nochmal anfangen. Lie... Liegt das? Es liegt. Warte. Was liegt? Warte doch kurz. Ich find's geil, wenn Niklas jetzt einfach kotzt. Bitte. Was liegt? Was liegt denn, Niklas? Was liegt denn? Liegen die Rückenschmerzen? Was? Nein, nein. Warte doch mal. Ja? Liegen die Rückenschmerzen? Liegen die Rückenschmerzen daran? Ja. Ah. Okay, dann versteh ich's. Dass du... Naja. Sag schon. Sehr viel... Ähm... Sehr viel Brustumfang hast. Ja, ja, ja. Möglicherweise daran. Oh, ach so. Aber ich hab doch gefragt, ob du ein Mann bist. Naja. Das schließt sich ja nicht aus. Ach so. Ein dickbetetteter. Nee. Ein dickbetetteter. Naja. Dann versteh ich's langsam. Bin ich dran oder ist Philo dran? Naja, Philo ist nicht mehr dran. Jetzt ist nämlich Sami dran. Doch, klar. Nee. Klar. Ich will nicht, dass du dran bist. Mein Video. Dann bin ich dran. Bist du schwerst adipös? Nein. Nein. Bist du schwerst adipös veranlagt? Nein. Nein. Okay, aber wie kannst du dick betitelt sein? Das ergibt keinen Sinn. Naja. Wenn man möchte. Rätsel. Das liegt in deinem Betrachten. Habt ihr denn schon einen Verdacht möglicherweise? Gar nicht. Nee. Seitdem das mit der Cam ist, nee. Niklas? Ich weiß nicht, ob ich Griechisch oder Burger bestehen soll. Ich will Burger, Digga. Burger wird echt schmacken. Ja, ne? Ja. Burger wäre jetzt wild. Manchmal kann Burger mit Toastbrot machen. Burger last. Dietrich. Ja, ja. Logisch. Burger blast, Dietrich. Ey, spielt er überwiegend Rocket League? Ja. Und er bittet jetzt. Naja. Man, Henke, was du sagst, du hast, glaube ich, selber gar keinen Plan. Kann man nicht so sagen. Jürgen, du hast eben gesagt, der hat eine fette, dicke, pittdicke, gezicke Umarbeiter. Nein, hat er nicht. Hat er nicht. Er hat's nicht. Aber du hast es doch gerade gesagt. Naja, nee. Hab ich nicht gesagt. Hab ich gar nicht gesagt. Hast du? Nee. Hast du? Ja? Einen Crush? Oh je. Auf vorwiegend asiatische Frauen? Da könnte möglicherweise was dran sein, ja. Ahhhh. Es wird, es wird besagt im Streamer nachgesagt, ja. Mhm. Bist du durch Streamen bekannt geworden? Genau. Really? Heizmole. Na klar. Wenn ich es mir mal recht überlege, hast du längliche, zortliche Haare, eine lange zortliche Haarpracht. Na klar, na klar, na klar. Logisch. Ja, logisch. Zortliche Haarpracht. Ich würde gerne eine Frage stellen und danach lösen. Wäre das für euch in Ordnung? Ja. Ist in Ordnung. Löst doch. Hast du bei einem gängigen IQ Test unter 100 gescored? Nein. Den möchte ich nicht lösen. Musst du aber jetzt. Nö. Klar. Ich muss gar nichts. Bist du Chantau? Nein. Du bist raus. Ja, ich weiß. Du bist Henke. Du bist Henke. Richtig. Ich bin Henke. Du hast gesagt, du hast bei der Frage, hast du average über 1000 Viewer, hast du überlegt? Wer willst du denn? Hast du deinem? Ich wollte mich ein bisschen in die Irre führen. Digga, du spielst doch nicht überwiegend Rocket League. Doch. Doch, ich spiel schon die Rocket League. Nein. Doch. Aber er hat überlegt. Er hat überlegt bei 1000 Viewer. Nee, nee, nee. Ich spiel aktuell überwiegend Rocket League. Nee, nee, nee. Doch. Ja, aktuell. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Nee, nee. Rocket League ist nicht mal unter den Top 3. In letzter Zeit, wenn du ein guter Freund, der zu Henke streamt, aktiv verfolgen würdest. Nee, in letzter Zeit nicht unter den Top 3. Dann würdest du sehen, dass Henke viel, viel Rocket League in letzter Zeit mit auf Spaß haben. Ich habe gesagt überwiegend. Überwiegend. Ich habe gesagt überwiegend. Überwiegend. Aktuell überwiegend. Nein, das stimmt nicht. Nicht die Statistiken sagen was anderes. Und dann würdest du nochmal deine Freundes verfolgen. Und Zeit für deine Freunde haben, dann würdest du das sehen. Wo ist Niklas? Jetzt habt ihr Niklas verscheucht. Wo ist Niklas? Ich brauche noch eine Aufnahme. Niklas ist jetzt wieder da. Also belassen Sie es dabei, würde ich sagen. Klar. Na gut. Bedankt ewig fürs Zuschauen. Zavi macht das Outro. Freunde. Neuer Samstag ist wieder vergangen. Wir sagen Danke. Genau. Das ist eine Katze. Content Offensive ist das Stichwort. Ist die Devise. Na klar. In dem Sinne. Macht's nicht gut, macht's besser. Bleibt euch selbst treu. Tschüss. Blas aus der A...